Der Geschäftsverlauf ist zufriedenstellend, wir haben ein gutes Resultat erreicht in einem schwierigen Umfeld und FastWeb wächst weiter erfolgreich. Unser exzellenter Kundenservice in der Schweiz, das beste Netz, der Gewinn von Tests in diesem Umfeld und natürlich die Transaktion mit Vodafone Italien, um FastWeb zu stärken. Das Schweizer Geschäft ist leicht rückläufig, wir setzen aber trotzdem weiterhin auf weniger Promotionen, dafür auf Top-Qualität im Netz und in der Dienstleistung und wir geben auch weiterhin beim Glasfaserausbau trotz Veko-Urteil Vollgas. Was mich freut, ist, dass das IT-Geschäft weiter zunimmt, wir viele neue Produkte lancieren konnten und weiter wachsen. In Italien sind wir weiter erfolgreich unterwegs und schön erwachsen und konnten die für uns sehr strategisch wichtige Transaktion mit dem Kaufen Vodafone Italien unterschreiben.